Im ersten Testspiel nach Ablauf seiner Sperre gelangen Paolo Guerrero gleich zwei Treffer urheberrecht wird die Images. Paolo Guerrero darf doch bei der WM für Peru spielen und tritt heute gegen Dänemark an. Bei Nigeria ist gegen Kroatien das Trikot der Star. Der WM-Traum von Paolo Guerrero schien eigentlich schon ausgeträumt. Wegen Dopings wurde der frühere Stürmer des FC Bayern mehrere Monate gesperrt. Doch am 31. Mai setzte das Schweizer Bundesgericht die Sperre aus. Und so darf Guerrero Peru zum ersten Mal seit 1982 zu einer WM führen. Am Samstag ist er für die Südamerikaner gegen Dänemark zum ersten Mal im Einsatz 18 Uhr im Live-Dekar, Nigeria gegen Kroatien. Klara Außenseiter bei Nigeria ist vor allem das Trikot der Star. Innerhalb von drei Minuten war es im offiziellen Vorverkauf vergriffen. Ansonsten ist das Team des deutschen Trainers Gernot Rohr aber klarer Underdog bei der WM in Russland. Wir wollen den Großen ein Bein stellen, gab Rohr als Parole vor dem Auftaktmatch gegen Kroatien aus. Die voraussichtlichen Aufstellungen Peru, ein Galles, CD Veracruz, 28 Jahre, 38 Länderspiele, 0 Tore, 17 Edwin Kula, Lobos Buap, 28, 74 Nulltel, 2 Rodriguez, Junior de Barranquilla, 34, 74 Nulltel, 15 Ramos, CD Veracruz, 29, 68 Nulltel, 6 Tauco, Flamengo Rio de Janeiro, 25, 27 Nulltel. 0 Tell, 13 Tapia, Vellnord, Rotterdam, 22, 33, Drittel, 19 Jotten, Orlando City, 28, 73, Halbe, 20, Flores, Alborg, BK, 24, 30, Neuntel, 10 Verfahren, Lokomotive, Moskau, 33, 84, 25, Stel, 18, Kilo, FC Watford, 27, 46, Fünftel, 9, Guerrero, Flamengo, Rio de Janeiro, 34, 88, 34, Trainer, Gareka, Dänemark, ein Schmeichel, Leicester City, 31 Jahre, 35, Länderspiele, 0 Tore, 14, Dalsgaard, FC Brentford, 28, 11, 0, 4, Kerr, FC Sevilla, 29, 78, Drittel, 6, Christensen, FC Chelsea, 22, 16, 1, 17, Spür, Larsen, Udinese, Calzico, 27, 13, 1, 7, Quist, FC Kopenhagen, 33, 80, Halbe, 10, Ariksen, Tottenham, Hotspur, 26, 78, 22, Stel, 8, Delaney, Werder Bremen, 26, 27, Viertel, 20, Paulsen, RB Leipzig, 23, 28, Viertel, 9, M Jürgensen, Fehlnord, Rotterdam, 27, 31, Achtel, 23, Sisto, Celta Vigo, 23, 14, Eintel Trainer, Harald, Sitz, Richter, Papa Bakari, Gasama, Gambia, Direktervergleich, Kroatien, 23, Subasic, Asmonako, 33, 38, Länderspiele, 0 Tore, 2, VR, Saloiko, Atletico Madrid, 26, 35, 0, Tel, 21, Wieder, Besiegtas, Istanbul, 29, 59, Halbe, 3, Strinic, Sampdoria, Genua, 30, 43, 0, Tel, 7, Raketits, FC Barcelona, 30, 92, 14, Tel, 10, Modric, Real Madrid, 32, 106, 12, Tel, 18, Rebic, Eintracht, Frankfurt, 24, 16, 1, Tel, 9, K, Marek, 1899, Hoffenheim, 26, 31, Neuntel, 4, Perisic, Inter Mailand, 29, 66, 18, 17, Mandzukic, Juventus, Turin, 32, 83, 30, Stil, Trainer, Dalit, Nigeria, 23, Usoho, Deportivo, La Coruna, 20 Jahre, 6, Länderspiele, 0 Tore, 5, Ekong, Ursaschvor, 24, 21, Eintel, 6, Balogun, FSV Mainz, 05, 29, 19, Nulltel, 12, Abdullahi, Bursaschvor, 25, 23, Nulltel, 2, Idoju, Amkapherm, 26, 5, Nulltel, 4, Ndidi, Leicester City, 21, 17, Nulltel, 17, Onasi, Tapsonschvor, 25, 50, Eintel, 18, Iwobi, FC Arsenal, 22, 18, Fünftel, 10, Mikkel, Tianjin, Teda, 31, 82, Sechstel, 11, Moses, FC Chelsea, 27, 21, 31, Elftel, 9, Igalo, Chamshunyatai, 28, 19, Viertel, Trainer, Rorschitz Richter, Sandro Regi, Brasilien, Direkter Vergleich, so können Sie die Spiele live verfolgen. TV, ZDF, L, I, V, S, T, R, E, A, M, ZDF.de, live.dk.sport1.de TV, ZDF, 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 ZDF Untertitelung des ZDF, 2020